Unsere Fortsetzung braucht völlig neue Erfahrungen, Männer. Auf ein neues Abenteuer! Vergeben Sie uns, Vater. Wir sind schwul. Sollte Fort Lauderdale heute nicht auf Ihrem Reiseplan stehen. Jetzt steht es drauf. Schwules Spring Break bis um die Ersche. Ich bin außerordentlich erfolgreich, Sie kennenzulernen, Tyrell, Tyrell. Es heißt Tyrell, Tyrell. Das ist Französisch. Worum geht es beim Spring Break? Los, raus damit! Nach dem Szenen, der am Ende der Woche die meisten Kerben in seinen Betttosten eingeritzt hat. Er gewinnt eine affenarschgeile Menge farbelhafte Superpreise. Damit können die Spiele beginnen. Wir sind ein Paar. Ein monogames Paar. Regel Nummer 1. Wir treiben es nur gemeinsam. Schon mal die Sandwich-Stellung ausprobiert? Zeig es uns! Ich habe hier in Fort Lauderdale einen netten Typen kennengelernt. Luis Ángel de la Cruz de la Caridad de la Santa Fe del Padre Nuestro que estás en los cielos santificados. Aber es ist aber ganz schön lang. Du hast ja keine Ahnung. Es sieht so aus, als wäre er ein festen Freund. Du musst dich entscheiden, ob du deinem Herzen folgen willst oder deinem... Loch hoch. Daddy hat einige Probleme, die Fleischpeitschen anzulocken. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Musik 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 Ja, ja, ja.